Heute hatten wir den genannten Kick-Off des Babylon-Projektes der Lorenz-Stiftung. Dieser wäre der dritte Teil von einem Triptikum oder Trilogie. Die Chancen, die sich hier ergeben für die Menschen, die mitmachen im inklusiven Sinne. Weil wir haben Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung, Menschen von verschiedenen Ländern, sehr verschiedene Kulturen und verschiedene Religionen etc. Ich fand das total normal hier zu tanzen mit Leuten, die auch im Rollstuhl sind. Ich fand das sogar schön. Es muss ja nicht immer mit den Füßen sein. Was wir bauen hier ist dann echte, reale Inklusion-Integration.